Hi! In diesem Beitrag geht es um das Buch Vita Activa oder Vom Tätigen Leben, als Auftakt zu einem kleinen Exkurs über Hannah Arendt, die mit Simone de Beauvoir zu den einflussreichsten Denkerinnen des 20. Jahrhunderts gehört. In diesem ersten Teil behandeln wir die drei Grundtätigkeiten des menschlichen Lebens, so wie Arendt sie in Vita Activa beschrieb. Das Buch gilt als ihre maßgebliche philosophische Schrift, doch als Philosophin hat sich die Autorin gar nicht gesehen. Starten wir deshalb mit der Frage, wer war Hannah Arendt eigentlich? Hannah wurde 1906 in Linden geboren, das ist heute ein Stadtteil Hannovers. Schon als kleines Mädchen bewies sie ein kluges Köpfchen und wurde vor allem von ihrer Mutter sehr gefördert. Die las mit ihr z.B. Marcel Proust im französischen Original und führte gewissenhaft Tagebuch über die Entwicklung ihrer Tochter. Mit zunehmendem Alter nutzte Hannah dann auch die Bibliothek von ihrem Vater. Bereits mit 14 Jahren las sie dort philosophische Schriften von Kant und Kierkegaard z.B. Als Studentin bändelte sie dann mit dem Philosophen Martin Heidegger an und begann eine Karriere als Schriftstellerin. Zu ihrer Motivation hinter dem Schreiben antwortete für Arendt einmal Folgendes. Was für mich wesentlich ist, ich muss verstehen. Zu diesem Verstehen gehört bei mir auch das Schreiben. Und wenn andere Menschen verstehen, im selben Sinne wie ich verstanden habe, dann gibt mir das eine Befriedigung wie ein Heimatsgefühl. Das Zitat stammt aus dem Gespräch, das Günther Gauss 1964 mit Arendt führte. Dieses Gespräch ist in voller Länge auf YouTube verfügbar und eine tolle Gelegenheit, um die Denkerin mal im Dialog zu erleben. Das Transkript zu dem Video ist bei rbb online verfügbar. Video und Transkript sind beide unten verlinkt. Mehr über Werdegang und Werk von Arendt bietet unter anderem der Rohvoltband von Wolfgang Höller mit dem schlichten Titel Hannah Arendt. Ebenso betitelt ist eine Einführung zu Arendt aus der Feder von Grit Straßenberger, die ebenfalls eine literarische Grundlage für diesen und folgende Beiträge über die Vita Activa war. Das Werk, also Vita Activa, ist 1958 in den USA erschienen und 1960 dann, von Arendt selbst übersetzt in Deutschland. Arendt schreibt in ihrem Buch Vita Activa gehe es darum, was wir tun, wenn wir tätig sind. Aber was ist mit Tätigkeit gemeint, bzw. mit den drei menschlichen Grundtätigkeiten, in die Arendt alles einteilt, was der Mensch so treibt. Diese drei Grundtätigkeiten sind das Arbeiten, das Herstellen und das Handeln. Arendts Ziel in ihrem, wenn nicht philosophischen, so doch handlungstheoretischen Werk ist es, die politische Bedeutung dieser drei Tätigkeiten abzustecken. Gehen wir sie mal der Reihe nach durch. Alle Literaturangaben zu den folgenden Abschnitten findest du im Blogbeitrag zum Video, der ist unten verlinkt, und alle Seitenangaben bei Arendt Zitaten beziehen sich auf die Ausgabe der Vita Activa aus dem Pipa-Verlag vom Jahr 2007. Die Tätigkeit des Arbeitens vergleicht Arendt mit dem biologischen Prozess des menschlichen Körpers, der in seinem spontanen Wachstum, Stoffwechsel und Verfall sich von Naturdingen ernährt, welche die Arbeit erzeugt und als Lebensnotwendigkeiten dem Organismus zuführt. Notwendigkeit ist hier das Stichwort. Arbeit ist das, was wir notwendig tun, um überhaupt am Leben zu bleiben. So wie der Stoffwechsel auch lebensnotwendig ist. Dementsprechend stellt das Leben selbst die Grundbedingungen für das Arbeiten dar. Aber das macht die Tätigkeit des Arbeitens noch zu keiner Bedingung des Menschseins. Den Sklaven und Haustieren schreibt Arendt an einer markanten Stelle die Tätigkeit des Arbeitens zu. So verortet sie das Reich der Freiheit – also der menschlichen Handlungsfreiheit – jenseits der Sphäre der Lebensnotwendigkeit. Und damit auch jenseits der Sphäre des Privaten. Zumindest mit Blick auf die Geschichte. Über die Antike schreibt Arendt, Vor der Entdeckung der Intimität hatte es zu den Kennzeichen des Privaten gehört, dass der Mensch in diesem Bereich nicht eigentlich als Mensch – also als eine Person – existierte, sondern als ein Exemplar der Gattung. In Einsamkeit zu arbeiten mache den Menschen somit zu einem Animal Laborans, in des Wortes wörtlichster und furchtbarster Bedeutung. Animal Laborans, das heißt Arbeitstier. Ein Mensch, der nur arbeitet und nie etwas anderes täte, also mit anderen Menschen auf eine Weise interagierte, zu der wir gleich noch kommen – ein solcher Mensch wäre gar kein richtiger Mensch. So lässt sich auch der Begriff von unmenschlichen Arbeitsbedingungen verstehen. Etwa in Bezug auf Zehn-Stunden-Schichten am Fließband, so ganz ohne zwischenmenschliche soziale Interaktion. Die Tätigkeit des Herstellens wäre in der völligen Verlassenheit einer unbewohnten Welt auch nicht das Werk eines menschlichen Wesens, sondern allenfalls eines Schöpfergottes. Platon beschreibt einen solchen als einzig und einsam befreundet allein mit sich selber. Der herstellende Mensch hingegen bedarf des Zusammenlebens unter seinesgleichen. So wie auch die Arbeit erst durch ihre Emanzipation – d.h. durch die Besitzergreifung des öffentlichen Raumes – zu einer menschlichen Angelegenheit wird. Den Unterschied zwischen der Tätigkeit des Arbeitens und der Tätigkeit des Herstellens macht Arendt in dem Moment der Verdinglichung fest. Das heißt in dem Moment, da ein Ding, ein Gegenstand entsteht. Der Mensch als Animal Laborans bringt kaum mehr hervor als die Arbeit selbst – also die Bewegung, den Schweiß, vielleicht ein paar kurzlebige Konsumgüter für den Lebenserhalt. Der Homophaber hingegen, das ist der herstellende Mensch, der definiert sich über das Werk seiner Hände. Ein solches Werk markiert immer ein Ende im Schaffensprozess und damit im ewigen Kreislauf des Lebens. Menschen, sagt Arendt, sind angewiesen auf Gegenständlichkeit und Objektivität, die solche Werke verkörpern. Dabei ist der Aspekt der Dauerhaftigkeit wichtig. Die verdinglichte Welt, also die Welt der Dinge um uns herum – hier die Bücher und so. Die lösen sich als eine bleibende Stätte von der Sterblichkeit der sie Bewohnenden ab. Das sind wir. Nun, Homophaber, der herstellende Mensch, vermag mit seiner Tätigkeit zwar vielem einen Zweck zu verleihen, sei aber unfähig, Sinn zu verstehen, sagt Arendt. Was ist es dann, was dem menschlichen Leben einen Sinn verleiht? Die Tätigkeit des Handelns nennt Hannah Arendt das Alleinstellungsmerkmal des Menschen. Handeln sei das, was uns vom Tier unterscheidet und sogar vor dem Göttlichen auszeichnet. Diese These verteidigt Arendt auch mit dem Hinweis auf den griechischen Dichter Homer, in dessen Werken die Gottheiten immer bloß beteiligt seien, an den von den Menschen losgetretenen Handlungen. Auf Homer weist auch Aristoteles zuweilen hin. Dieser Denker hat in der griechischen Antike eine Unterteilung vorgenommen, die für die abendländische und auch für Arendts Philosophie fundamental ist. Aristoteles beschrieb zwei Grundformen menschlichen Handelns. Die erste dieser Formen entspricht der Tätigkeit des Herstellens bei Arendt. Aristoteles bezeichnet sie als Poiesis. Diese bringe ein selbstständiges Objekt, ein Produkt, hervor. Musterbeispiel für diese Tätigkeit sei das Handwerk. Die zweite Form ist die Tätigkeit des Handelns, die als Praxis ihr Ziel im Vollzug des Handelns selbst habe. So formuliert es Ottfried Höffe in seinem Lesebuch zu Aristoteles. Als Beispiel nennt er unter anderem das Denken. Über das Denken als Tätigkeit schreibt Arendt, das Denken sei genauso endlos wie das Leben, das es begleitet. Und die Frage, ob es einen Sinn hat zu denken, ist genauso unbeantwortbar wie die Frage, ob das Leben einen Sinn habe. Das führt die Sinnfrage von vorhin auf einen Selbstzweck zurück. Doch diesen Selbstzweck beurteilt Arendt als durchaus sinnstiftend, wenn nicht für den einzelnen Menschen, so doch für das Gemeinleben. Und da es nun viele Arten des Handelns gibt, gibt es auch viele Ziele, schreibt Aristoteles, der eine teleologische Weltsicht hat. Das heißt, er nahm an, dass hinter allem ein Ziel stehe. Teleologisch kommt vom griechischen Telos Ziel und bedeutet auf ein Ziel ausgerichtet. Die Praxis, also das Handeln, dessen Sinn im Selbstzweck liegt, ist bei Aristoteles an einen pluralistisch und egalitär verfassten öffentlich-politischen Raum gebunden und vollzieht sich immer in der Anwesenheit von und vor anderen. So hat es Gritt Straßenberger formuliert. Pluralistisch heißt eine Vielfalt betreffend, egalitär heißt Gleichheit anstrebend. Handeln spielt sich also in einem öffentlich-politischen Raum ab, in dem Menschen in all ihrer Vielfalt als Gleiche anerkannt werden. Umgekehrt, ohne die Gegenwart anderer und verschiedener Menschen wäre Handeln gar nicht möglich. Hier sieht Straßenberger in ihrer Einführung zu Arendt einen ideengeschichtlichen und systematischen Anknüpfpunkt für die Denkerin. Arendt definiert das Handeln ähnlich wie Aristoteles als die einzige Tätigkeit, die sich ohne Vermittlung von Materie, Material oder Dingen zwischen den Menschen abspielt – mit der Pluralität als Grundbedingung. Pluralität im Sinne von Vielfalt meint auch das Vorhandensein von Meinungsverschiedenheiten und unterschiedlichen Sichtweisen. Der Austausch von solchen Meinungen und Sichtweisen und überhaupt Gedanken – das sind Tätigkeiten des Handelns, so wie Arendt sie bestimmt hat. Das Besondere am Handeln ist, dass es im ewigen Kreislauf des Lebens nicht nur, so wie das Herstellen immer mal wieder ein Ende markiert durch die Fertigstellung von irgendetwas, sondern einen Anfang setzen kann. Was damit gemeint ist, darum geht es im nächsten Beitrag über den Sinn des menschlichen Lebens, wieder in Auseinandersetzung mit Hannah Arendts Vita Activa. Wenn du bis hierher Fragen hast oder deine Gedanken oder Meinungen mitteilen möchtest, mach das gerne via Kommentar. Ich sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.